Natürlich, wenn man, wenn man verletzt ist, will man sofort zurück. Jetzt durch meine Rippe war angeknackst und hat länger gedauert, als ich mir gewünscht hätte. Aber natürlich, wenn du eingewechselt wirst in dem wunderschönen Stadion, dann freut man sich natürlich wieder spielen zu können. Ich bin sehr gut in die Vorbereitung gestartet, habe auch gleich getroffen. Leider wieder im ersten Spiel, fast wie im Sommer. Da habe ich mich gleich verletzt und das war sehr ärgerlich. Natürlich, die erste Halbzeit. Wir sind super gestartet. Wir haben gleich ein Tor gemacht. Dann mit dem 2-0 war es natürlich schon eine kleine Vorentscheidung. Das 3-0 hat Mathersburg dann, dann haben sie gewusst, heute holen sie gar nichts mehr. Und von dem her, dadurch, dass ich dann auch noch ein wenig Spielzeit bekommen habe, war für mich wunderschön. Ich denke, dass die alles reinhauen werden. Die haben einen neuen Trainer, alle Spieler sind glaube ich dort top motiviert. Sie haben die letzten 2-3 Spiele auch kein schlechtes Spiel abgeliefert, aber halt keine Punkte geholt. Und ich denke, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass wir auch dort 100 Prozent abrufen müssen und dann wird es schon klappen.